Papierschiff und Ente Ein Schiffchen aus Papier schwamm auf dem See so um halb vier. Eine Ente schwamm heran und sah das Schiffchen schüchtern an. Hast du mich lieb, wenn ich dich schieb? fragte leise sie so dann. Das Schiff blieb still, doch sie blieb dran, nahm sich ein Herz und schob es an. Bis zum nächsten Mal.